Ich kriege noch eine ganz klare Message. Viele Menschen da draußen sind Lügner und Betrüger. Vor allem auch in den sozialen Medien. Ganz, ganz, ganz viele. Und diese Lügner und Betrüger habe ich eine Message bekommen, die werden es knallhart bekommen. Also vom Universum, von oben. Nicht von anderen. Das habe ich ganz klar bekommen, die Message. Und Und dass dem wirklich ein Ende gebracht wird. Dass da wirklich ein Ende kommt des Lügens und Betrügens. An anderen einfach. Das habe ich irgendwie so ganz klar bekommen. Da scheint auch nichts irgendwie nachzukommen. Also wenn ich jetzt weil sie lügen und betrügen sich selber, indem sie andere betrügen. Und dass in Wahrheit schmerzt sie im Herzen, obwohl sie nach außen was anderes darstellen. Und diese Energien, die jetzt kommen, die werden sie zwingen dazu, sich umzustellen. Es werden jetzt ganz andere Arten von Menschen Aufmerksamkeit bekommen. nicht mehr die gleichen wie früher. Das bekomme ich auch ganz klar. Das bekomme ich auch ganz klar. Meine Liegestartz ich – ich Vielen Dank.